Also, hi, ich bin Alex, ich bin bisexuell, ich bin 25 und meine Pronomen sind er ihm. Eigentlich über die Zeit relativ entspannt. Also viele Leute melken mir das auch schon relativ an, relativ schnell, wenn sie mich kennenlernen, weil ich damit auch sehr offen umgehe und dadurch ist das jetzt kein so ein Geheimnis. Am Anfang habe ich mich einfach ganz langsam Schritt für Schritt geoutet, also halt zuerst beim besten Freund, weil der ja betroffen war mehr oder weniger. Das war die einzige schlechte Reaktion, die ich jemals hatte, weil er halt auch Angst hatte, dass die Freundschaft dran kaputt geht, weil er es halt auch schon mit Mädels so hatte, dass die dann halt sich distanziert haben von ihm. Aber ansonsten war es immer einfach nur so, möh, möh. Was heißt es für dich, bisexuell zu sein? Für mich definieren einfach nur, ich stehe halt auf Männer und auf Frauen, so im Großen und Ganzen. Wobei es jetzt für mich persönlich auch mehr ist, dass ich deutlich eher mir eine Beziehung mit einem Mann vorstellen kann mittlerweile. Früher war das andersrum, da war sexuelle Interesse mehr an Männern, aber emotional war ich mehr bei Frauen. Meine einzige wirklich lange Beziehung war auch mit einer Frau, über fünf Jahre lang. Und ansonsten, wie gesagt, denke ich halt gerade darüber nach, ob ich vielleicht auch Pan bin, weil es mir eigentlich egal ist, wie jemand sich fühlt, wie jemand sich identifiziert. Hauptsache, ich finde den Menschen toll. Und deswegen, Zitat aus einer Serie, die ich gerade schaue, ich verliebe mich halt in den Menschen und nicht in den Körper oder die Genitalien oder sonstige Merkmale. Zitat aus einer Serie, die ich gerade schaue, die ich gerade schaue,